In diesem Tutorial lernst du, wie du deine eigenen Programme erstellen kannst mit Kotlin. Selbst wenn du jetzt noch ganz am Anfang bist und vielleicht noch nie eine Zeile Code geschrieben hast. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Yunus Ergin und ich arbeite als Programmierlehrer. Das heißt, mein Job ist es, Quereinsteiger zu gefragten Programmierern weiterzubilden. Das Programm, was wir heute schreiben werden, ist ein kleines Spiel und zwar Schere, Stein, Papier. Das heißt, du hast die Möglichkeit, dich für Schere, Stein oder Papier zu entscheiden. Ein Computer generiert auf der anderen Seite eine zufällige Auswahl. Je nachdem, was der Computer ausgewählt hat, kannst du entweder gewinnen oder verlieren. Außerdem zeige ich dir am Ende noch, wie du eine statistische Auswertung für dein Spiel erstellst. Kotlin ist in den letzten Jahren extrem gewachsen und ist inzwischen der Standard für Android-Apps. Aber auch ansonsten ist die Sprache sehr wertvoll. Denn Ziel von Kotlin war es, eine leichtere Alternative zu Java zu schaffen. Und das hat die Sprache definitiv auch erreicht. Also, ich würde sagen, wir legen direkt los. Bevor wir jetzt aber starten zu Coden, stellen wir uns erst einmal die Frage, was ist überhaupt Kotlin? Kotlin ist eine sogenannte Cross-Plattform-Sprache. Bedeutet, wir können mit einer Programmiersprache für mehrere Plattformen Software schreiben. Auch wenn die erste stabile Version erst 2016 herausgekommen ist, existiert Kotlin bereits seit 2011 und wurde herausgegeben von der tschechischen Softwarefirma JetBrains, die vor allen Dingen für ihre coolen Entwicklungsumgebungen bekannt ist. Genau wie Java nach einer Insel benannt wurde, ist es auch bei Kotlin der Fall. Kotlin ist nämlich eine Insel vor St. Petersburg. Meistens generiert der in Kotlin geschriebene Code Java-Byte-Code, also Code, der von der Java-Virtual-Maschine gelesen werden kann. Du kannst mit Kotlin allerdings auch JavaScript generieren und sogar Maschinen-Code. Kotlin wird immer mehr für das Schreiben von Android-Apps verwendet. Und das ist auch, was von Google offiziell inzwischen empfohlen wird. In den letzten Jahren hat Kotlin massiv an Popularität gewonnen und ist inzwischen auf Platz 15 der meistgenutzten Programmiersprachen da draußen. Das liegt vor allen Dingen daran, dass du mit Kotlin genauso wie früher mit Java Code generieren kannst für die Java-Virtual-Maschinen. Du kannst aus dem gleichen Code allerdings auch JavaScript generieren und sogar Maschinen-Code. Im Vergleich zu Java hat die Programmiersprache Kotlin noch einige Vorteile. Vor allen Dingen, dass der Code deutlich einfacher zu schreiben ist von der Syntax her als mit Java. Zusätzlich musst du in vielen Fällen auch weniger Code schreiben. Und Kotlin bietet im Vergleich zu Java auch noch jede Menge Konzepte moderner Programmiersprachen, die du bei Java nicht findest. Also, ich würde sagen, wir legen direkt los. In diesem Abschnitt installieren wir zunächst einmal die notwendige Software. Dafür gehen wir einfach auf Google und geben hier IntelliJ ein. Das ist unsere Entwicklungsumgebung, mit der wir unseren Quellcode schreiben wollen. Wir drücken hier einfach auf Herunterladen und kommen dann direkt auf die Seite, wo wir uns das Ganze herunterladen können. Die Entwicklungsumgebung IntelliJ stammt von der gleichen Firma, die auch die Programmiersprache Kotlin entwickelt hat, nämlich JetBrains. Dementsprechend passt das hier bestens zusammen. Es gibt hier zwei verschiedene Versionen, einmal die Community Edition und einmal die Ultimate Edition. Die linke hier, die ist kostenpflichtig und kann 30 Tage kostenlos getestet werden. Für unsere Zwecke reicht allerdings auch die Community Edition. Diese ist komplett kostenlos. Du kannst hier auf Herunterladen drücken und das Ganze ist natürlich auch für Mac und für Linux verfügbar. Sobald der Download abgeschlossen ist, einfach auf Weiter. Hier können wir den Pfad auswählen, da gehe ich auch auf Weiter. Und eine Sache, die ich dir definitiv empfehle, ist, diesen Haken hier zu setzen, denn dann kannst du Java verwenden und das Ganze wird definitiv von Vorteil für dich sein. Dann wieder auf Next, wieder auf Install in diesem Fall und jetzt einfach warten. Anschließend solltest du deinen Computer neu starten und auf Finish drücken. Wir sehen uns gleich wieder. Jetzt kannst du über die Windows-Suche einfach IntelliJ suchen und dann auf Enter drücken, um das Ganze zu öffnen. Beim ersten Mal musst du hier noch die Lizenzbedingungen checken, so wie bei jeder Software. Dann kannst du noch entscheiden, ob du anonyme Statistiken senden möchtest und dann startet das Programm auch schon. Hier kannst du jetzt ein neues Projekt anlegen, indem du auf das Plus drückst. Du kannst es hier nennen, wie du möchtest. Das heißt, ich nenne das einfach mal meine erste Kotlin-App oder sowas. Dann gehst du hier auf Kotlin, denn wir wollen ja Kotlin als Sprache schreiben. Man könnte mit IntelliJ auch Java schreiben. Dafür wird das Ganze ursprünglich designt. Und hier kannst du jetzt noch das JDK, das Java Development Kit auswählen, mit dem du entwickeln möchtest. Also die Java-Version. Wenn so wie hier noch keins vorhanden ist, dann kannst du auf Download JDK gehen und kannst dir hier die aktuelle Version herunterladen. Sobald wir fertig sind, können wir jetzt auf Create drücken. Den Haken hier unten mit Add Sample Code können wir drin lassen. Und eine Sache noch, hier oben sollten keine Leerzeichen drin sein. Also fügt da am besten so Unterstriche oder sowas rein, denn ansonsten kann es zu Problemen kommen. Jetzt können wir hier auf Create drücken, nachdem wir nochmal alles gecheckt haben. Und dann wird unser neues Projekt angelegt. So, hier ist jetzt schon ziemlich viel zu sehen. Hier gehen auch gleich so ein paar Tipps auf. Und was wir hier genau sehen und wie wir jetzt starten, das machen wir im nächsten Abschnitt. Nachdem wir jetzt unser Projekt angelegt haben, werden wir in diesem Schritt unser erstes kleines Projekt schreiben. Das heißt, wir beginnen jetzt endlich zu coden. Und unser Projekt sieht bis jetzt so aus und wir sehen hier schon richtig, richtig viel Sachen. Hier an der Seite sehen wir natürlich erst einmal unseren Projektordner. Das heißt, hier steht meine erste Kotlin App. Ja, dieser Ordner heißt genauso wie unser Projekt. Hier sehen wir jetzt schon verschiedene Unterdateien. Wir sehen hier einen Ordner, der heißt .idea. Und das hier ist der Ordner, der automatisch von unserer Entwicklungsumgebung angelegt wird. Den müssen wir uns eigentlich gar nicht groß angucken. Hier werden diverse Informationen von unserer Entwicklungsumgebung gespeichert. Der interessante Ordner ist dieser Ordner hier. SRC, das steht für Source Code. Und hier ist unser Source Code drin gespeichert. Um genauer zu sein in dem Ordner Main. Hier haben wir jetzt einen Ordner, der heißt Kotlin. Und hier ist unser Kotlin Code der hier. Was das hier genau ist, das schauen wir uns gleich an. Dann gibt es hier noch dieses Resources. Wenn ich da das erste Mal drauf drücke, steht hier noch, dass ich die Lizenzbedingungen von Java akzeptieren muss. Drücken wir mal auf Accept und auf OK. Hier können wir in die Projektstruktur reingucken. Dann haben wir noch einen Testordner. Und dieser Testordner, der ist auch noch ziemlich leer. Aber da können wir dann später unsere Software-Tests ablegen, die automatisch testen, ob auch alles funktioniert. Dann haben wir noch dieses Ding hier. Meine erste App oder meine erste Kotlin App.iml. Das hier ist nochmal etwas Konfiguration für unsere App. Das wurde jetzt auch automatisch von unserer Entwicklungsumgebung generiert. Genauso können wir auch noch sehen, welche externen Libraries wir verwenden. Wir verwenden nämlich das Java Development Kit. Das ist hier mit drin. Und Kotlin Java Runtime. Das ist einfach etwas, was unsere Entwicklungsumgebung braucht. Denn wir wollen ja Kotlin später in diesen Java Bytecode im Hintergrund konvertieren. All das hat uns aber am Anfang nicht zu interessieren. Denn wichtig ist, dass wir uns jetzt erstmal auf dieses Main.kt, da ist nämlich unser Code drin und da schreiben wir auch alles, konzentrieren. Außerdem hast du hier auch noch so einen Ordner, der heißt Scratches and Consoles. Hier kannst du einfach Entwürfe und verschiedene Dinge ablegen. Wir löschen jetzt erst einmal den gesamten Code hier raus, denn wir fangen am besten bei 0 an. Das ist am leichtesten. Wir schreiben jetzt erstmal das leichteste Programm, was man überhaupt schreiben kann in Kotlin. Dafür sage ich Fun Main Print LN Hallo Welt. Und wir sehen schon, dass hier automatisch jetzt so ein kleiner Play-Button entsteht. Und hier rechts oben ist jetzt auch auf einmal dieser Play-Button anklickbar. Und wenn ich hier rechts oben oder hier links drauf drücke, dann wird diese Funktion, so heißt das Ganze, ausgeführt. Eine Funktion ist letztendlich immer ein Block an Befehlen, die zwischen diesen geschweiften Klammern stehen. Das heißt, ich sage mit diesem Fun, dass ich eine Funktion erstelle, die heißt Main. Die erste Funktion heißt immer Main. Und zwischen diesen geschweiften Klammern hier sage ich jetzt, dass ich diesen Befehl ausführen möchte. Und dieser Befehl sorgt dafür, dass wir eine Zeile Print Line, Print LN anzeigen und zwar auf unserer Konsole. Das heißt, ich führe das Ganze jetzt einfach mal aus, gehe hier auf Run Main KT. Und wir sehen jetzt, dass hier unten rechts unten gearbeitet wird. Und dann steht hier jetzt unten Hallo Welt, also der Text, der hier zwischen den Anführungszeichen ist. Das heißt, wir haben jetzt bereits ein kleines Programm geschrieben, was automatisch den Text Hallo Welt anzeigt. Wenn wir hier auf unseren Projektordner gucken, dann sehen wir jetzt auch, dass ein neuer Ordner hier entstanden ist namens Out. Denn wir haben ja gesagt, Kotlin wird kompiliert. Das heißt, Kotlin wird in einen anderen Code umgewandelt, der im Hintergrund von der Java Virtual Machine gelesen werden kann. Und das geht auf allen verschiedenen Systemen. Das heißt, egal ob ich Windows oder Mac habe oder Linux, ich schreibe mein Programm einmal mit Kotlin und kann das in eine Sprache kompilieren, die auf all diesen Systemen ausführbar ist. Und diese kompilierte, also umgewandelte Version ist hier. Und wenn ich hier jetzt drauf drücke, muss ich nochmal akzeptieren, komme ich hier rein. Und das hier ist etwas, das wurde automatisch hier kompiliert. Wir können uns hier nicht alles angucken, aber wenn ich diese Datei jetzt mal öffne in meinem Explorer und dann hier das Ganze öffne mit meinem Texteditor oder sowas. Dafür kann man hier auf öffne mitgehen. Bei mir ist das komischerweise schon verlinkt. Und dann das Ganze angucke. Dann sehen wir, dass hier noch viel, viel mehr entstanden ist. Und hier die kompilierte Version, also die erzeugte Version ist. Ja, das sind irgendwelche Bits und Bytes, die hier versucht werden, als Text interpretiert angezeigt zu werden. Das klappt natürlich nicht ganz. Dementsprechend sieht das hier so komisch aus. Aber das ist etwas, was jetzt unsere Java Virtual Machine lesen kann. Also zurück in unsere Main.kt. Wir haben es jetzt hier geschafft, Text anzuzeigen und wir könnten hier auch mehrere Zeilen anzeigen. Das heißt, ich könnte jetzt hier schreiben, ich heiße Yunus. Und wenn ich das Ganze jetzt ausführe, habe ich ein Programm. Ja, dauert immer einen kurzen Moment. Und das hier sagt jetzt Hallo Welt, ich heiße Yunus. Nachdem wir das Ganze geschafft haben, wollen wir jetzt im nächsten Schritt natürlich ein komplexeres Programm entwerfen. In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns mit Variablen und Funktionen. Denn wir wollen ja ein kleines Spiel entwickeln. Und wenn wir das machen wollen, dann sind das grundlegende Konzepte, die wir auf jeden Fall brauchen. Und ich kann dir jetzt schon sagen, das ist ein Konzept, was du in nahezu jeder Programmiersprache kennenlernen wirst. Also, wir wissen ja bereits, wie man Text anzeigen kann. Das heißt, wenn ich hier sage Println, dann wird hier Hallo Welt angezeigt. Und hier steht jetzt auch, ich heiße Yunus und so weiter und so fort. Alles schön, aber nicht jeder heißt Yunus. Deswegen wäre es doch gut, eine Variable anzulegen. Und da haben wir jetzt zwei verschiedene Möglichkeiten. Und zwar kannst du einfach innerhalb von der Funktion oder auch hier ganz oben mit dem Befehl var eine Variable definieren. Die kannst du nennen, wie du willst, zum Beispiel myName. Und kannst der jetzt hier einen Wert zuordnen. Das heißt, hier kannst du jetzt zum Beispiel Yunus hinschreiben. Und diese Variable hier, die kannst du jetzt einfach hier unten in deinem Text einsetzen. Nicht so, das hier geht nicht, aber du könntest sie entweder hier hinten ransetzen. So, das würde funktionieren. Aber uns wird dir gleich schon von der Entwicklungsumgebung die bessere Methode vorgeschlagen. Und zwar, wenn ich hier mit der Maus drübergehe, kann ich einfach auf Convert String Concatenation to a Template klicken. Und das hier ist der Weg, wie man es macht. Ja, was der Kotlin-Weg ist. Und zwar, dass du einfach ein Dollarzeichen davor schreibst, um halt zu markieren, dass du jetzt hier eine Variable in deinen Text einsetzen möchtest. Ja, und wenn wir das Ganze jetzt ausführen, dann funktioniert es. Das heißt, hier steht jetzt Hallo Welt, ich heiße Yunus. Und wenn ich jetzt hier irgendwas anderes, zum Beispiel Thomas, reinschreibe und dann wieder ausführe, dann sehen wir, dass jetzt hier steht Hallo Welt, ich heiße Thomas. Wir können diese Variablen, die wir mit diesem var hier deklarieren, immer ändern. Das heißt, ich kann jetzt auch sagen MyName und hier kann ich irgendwas anderes reinpacken. Ja, zum Beispiel Jessica. Und jetzt sehen wir, dass hier zur Laufzeit der Name der Variable überschrieben wird. Das heißt, hier oben steht jetzt erstmal MyName Thomas und hier unten wird jetzt der Name geändert. Und dadurch haben wir jetzt hier einen anderen Namen. Ich habe eben gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten, solch eine Variable zu deklarieren. Man kann hier vorher immer var schreiben oder var. So, der Unterschied ist, dass dieses var hier nicht mehr geändert werden kann. Das ist eine Konstante. Das heißt, wenn ich jetzt hier var vorschreibe, dann habe ich hier eine Variable deklariert und die Variable, die kann hier unten nicht mehr neu zugeordnet werden. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt ausführe, dann bekommen wir einen Fehler. Und hier steht var cannot be reassigned. Ich schreibe hier oben jetzt also wieder var hin. Hinter einer Variable kann man in vielen Programmiersprachen, so wie in Java zum Beispiel, ja immer schreiben, von welchem Typ diese Variable ist. Das heißt, ich könnte hier schreiben Doppelpunkt String, um zu sagen, dass diese Variable hier nur Text speichern kann. String steht in der Programmierung immer für Text. So etwas wie int oder integer steht für eine Ganzzahl. boolean für den Wert true oder false und da gibt es noch einige mehr. Aber das Gute ist, in Kotlin musst du das nicht zwangsläufig machen, denn wir haben ja hier offensichtlich einen Text hintergeschrieben. Und das Gute ist, dass im Gegensatz zu Java Kotlin automatisch den Wert hier nimmt und erkennt, okay, das hier ist ein Text. Das steht ja in Anführungszeichen. Und dementsprechend wird dieser Text jetzt hier der Variable zugeordnet. Und die Variable kann jetzt nur noch Text speichern. Das geht jetzt automatisch. Das heißt, wenn ich hier eine 1 reinschreibe, dann wüsste er hier automatisch, okay, das hier ist eine int-Variable. Hier steht jetzt Doppelpunkt int, also kann da nur eine Ganzzahl reingespeichert werden. Und dementsprechend kriegen wir jetzt hier unten einen Fehler. Und hier steht type mismatch. Wir brauchen ein int, also eine Ganzzahl, aber gefunden haben wir einen String, also einen Text. Also eine ganz schlaue Sache und das ist hier auf jeden Fall mit Kotlin möglich. Und einer der großen Vorteile. Wir wollen jetzt ein kleines Spiel machen und in diesem Spiel soll als erstes natürlich der Text angezeigt werden. Das heißt, ich gebe hier oben meinen Namen in der Variable ein und kann jetzt so etwas sagen wie Herzlich Willkommen zu diesem Spiel. Und jetzt kannst du hier vielleicht noch den Namen eintippen. Ja, sowas wie heutiger Spieler oder sowas. Und dann schreibst du Doppelpunkt my name. Und das Coole ist, dass das hier jetzt automatisch gleich angezeigt wird. Und so könntest du schon mal so einen kleinen Welcome Text machen und dann später ein paar Eingaben. Und jetzt können wir das Ganze auch noch auslagern in eine weitere Funktion. Denn wir sehen schon, der Code hier, wenn ich jetzt noch zehn Zeilen mehr hier habe, dann wird das Ganze schnell unübersichtlich. Und dementsprechend kann man Code immer in mehrere Funktionen, das heißt mehrere solche Blöcke unterteilen und diese Blöcke dann auch mehrfach aufrufen. Ja, das heißt, diesen Text hier, den möchte ich ja jedes Mal, wenn das Spiel neu beginnt, anzeigen. Und dementsprechend könnte ich jetzt hier das Ganze auslagern, könnte eine neue Funktion anlegen. Ich schreibe hier fun new game text oder sowas. Und hier printe ich das beide jetzt. Und hier oben kann ich jetzt diese Funktion so ausführen. Ja, hinter einer Funktion muss man immer diese Klammer auf und Klammer zu machen. Und nun wird das Ganze hier angezeigt. Während man in einigen Programmiersprachen so Funktionsnamen, Variablennamen und sowas immer mit Unterstrichen zeigt, wird es in Kotlin gerne gesehen, dass man das Ganze so schreibt, wie es hier vorgeschlagen ist. Das Gute ist, dass unsere Entwicklungsumgebung hier extrem schlau ist. Das heißt, wenn ich das Ganze so schreibe und hier rübergehe, dann kann ich hier auf Rename drücken und dann wird mir gleich hier eine andere Schreibweise und zwar die sogenannte Camel Case Schreibweise vorgeschlagen. Und wenn ich da Doppelklick drauf mache, wird das hier oben und hier gleich umbenannt. Also unsere Entwicklungsumgebung hilft uns hier schon extrem weiter, richtig guten und sauberen Code zu schreiben. Und gerade wenn ich jetzt eine Funktion mehrfach verwenden möchte, zack, 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 dreimal den Text hier anzeigen möchte, wird es in diesem Fall keinen Sinn machen. Aber später wird das Ganze noch extrem hilfreich sein. Dann kann ich hier oben einfach dreimal diese Funktion hinschreiben und daraufhin wird jetzt dreimal dieser Text hier angezeigt. Wir testen das Ganze mal. Ich höre es kurz aus und jetzt sehen wir, dass hier unten dreimal hintereinander der Text angezeigt wird. Und so kann man sich halt jetzt verschiedene Bausteine in Funktionen zusammensetzen und kann diese Bausteine dann immer verwenden, wenn wir sie brauchen. Und das Ganze kann uns später echt ein richtig gutes Spiel bescheren. Denn viele Spielabläufe bei Schere, Stein, Papier braucht man ja mehrfach. Wir wollen ja nicht nur eine Runde spielen, sondern vielleicht zehn Runden oder so. Und das kann man damit ganz gut umsetzen. In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns mit Verzweigungen, also mit IF und mit ELSE. Bedeutet, in einem Programm passiert ja nicht immer das Gleiche, sondern meistens passiert in dem einen Fall eine Sache und in einem anderen Fall etwas anderes. Das Ganze macht man mit dem IF und ELSE Konstrukt. Das gibt es in den meisten modernen Programmiersprachen. Und wie das Ganze funktioniert und wie du das nutzen kannst für dein Spiel, das zeige ich dir jetzt. Denn wir haben ja hier oben bereits unseren Namen und wir brauchen natürlich auch noch weitere Variablen, zum Beispiel unsere Eingabe. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Auswahl, ich schreibe das mal auf Englisch, Selection habe und da steht jetzt sowas drin wie Schere, dann möchte ich das natürlich vergleichen und zwar mit der Selection, also der Auswahl von dem Gegner. Das heißt, ich mache eine zweite Variable, Selection Enemy. Und jetzt müssen wir hier irgendwie einen Vergleich programmieren, der Schere mit Schere vergleicht. Und wenn das gleich ist, dann steht da Unentschieden. Wenn da beispielsweise steht so etwas wie Schere und hier steht Papier, dann schlägt natürlich Schere das Papier und so weiter und so fort. Das heißt, ich schreibe eine neue Funktion und da möchte ich jetzt genau diese Logik reinpacken, denn das brauchen wir natürlich ganz, ganz häufig. Das heißt, ich nenne die Funktion jetzt einfach mal Evaluate Game. Und jetzt muss ich diese Funktion natürlich auch noch anlegen. Das heißt, ich gehe hier runter, schreibe Fun Evaluate Game. Und hier kommt jetzt dieser Vergleich, von dem ich gerade gesprochen habe. Das heißt, wenn diese Selection, dieser Selection hier entspricht, dann kann ich das so schreiben. If Selection gleich gleich Selection Enemy, dann wird hier ein Text angezeigt und zwar Unentschieden. Unentschieden. So, führen wir das Ganze mal aus. Und hier steht jetzt heutiger Spieler und dann steht hier Unentschieden. Wenn ich jetzt hier etwas anderes, sagen wir mal Stein, reinschreibe, dann sind die Watt natürlich nicht gleich und dementsprechend steht hier jetzt gar nichts. Wir brauchen jetzt einen Else-Teil und in diesem Else-Teil, da können wir jetzt etwas anderes reinschreiben. Das heißt, wir können hier so etwas sagen wie, okay, wenn die Selection hier gleich gleich Papier ist oder sowas oder sagen wir mal Schere, dann haben wir jetzt nur noch zwei Fälle, nämlich der Gegner hat Papier. Das heißt, if Selection Enemy gleich gleich Papier, dann passiert eine Sache und ansonsten hat er ja offensichtlich Stein, denn Schere kann er ja nicht haben und dementsprechend passiert hier etwas anderes. Das heißt, wir können uns hier so einen Baum aufbauen mit verschiedenen Sachen. Schere schlägt Papier, das heißt, in diesem Fall würde ich sagen Println gewonnen und ansonsten haben wir natürlich verloren. Wir können das Ganze auch nochmal anzeigen lassen. Das heißt, ich schreibe hier jetzt einfach mal deine Auswahl, Doppelpunkt, was haben wir da? Selection. Dann können wir nochmal schreiben, dein Gegner, Doppelpunkt Selection Enemy. Und jetzt wird das beides hier angezeigt. Wir gucken uns das Ganze mal an. Das heißt, hier steht jetzt deine Auswahl Schere, dein Gegner Stein und dementsprechend haben wir verloren, denn natürlich verliert Schere gegen Stein. Wenn ich jetzt hier beispielsweise Papier schreiben würde, dann würden wir natürlich gewinnen und dementsprechend steht jetzt hier deine Auswahl Schere, dein Gegner Papier gewonnen. Ja, weil wir jetzt ein If- und ein Else Statement haben und je nachdem, was hier passiert, wird jetzt immer in einen anderen Fall reingegangen. Das heißt, wir checken erstmal den ersten Fall. Aha, beides ist offensichtlich nicht gleich, also wird das hier zwischen den geschweiften Klammern nicht ausgeführt. Jetzt haben wir hier dieses Else und dieser Block wird ausgeführt, weil das If da oben nicht ausgeführt wird. Und hier haben wir jetzt verschachtet wieder ein If und Else. Das heißt, wir sind jetzt in dieser Zeile, gucken, haben wir Schere ausgewählt? Ja, ist der Fall. Also wird dieser Block ausgeführt. Hat unser Gegner Papier? Ja, okay, dann haben wir gewonnen. Nein, dann haben wir verloren. Das Gleiche müssen wir jetzt natürlich auch noch machen, wenn wir eine andere Auswahl haben. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise Papier haben, beides ist nicht gleich und der Gegner hat Schere, dann haben wir verloren. Und wenn unser Gegner keine Schere hat, dann hat er offensichtlich Stein und dann haben wir gewonnen. Und jetzt müssen wir das nochmal ein drittes Mal machen. Wenn wir weder Schere noch Papier haben, dann haben wir Stein. Und dementsprechend muss unser Gegner jetzt hier auch Schere haben oder Papier. Bei Schere haben wir gewonnen, denn Stein schleift Schere und hier hätten wir verloren. Und damit sind wir auch schon fertig. Und das heißt, grundlegend können wir jetzt unser Spiel schon einmal spielen. Das heißt, egal, was wir hier oben jetzt eingeben, wenn wir keinen Fehler gemacht haben. Das heißt, ich habe jetzt einfach mal Papier, unser Gegner hat Stein, dann würden wir gewinnen. Wir testen das Ganze mal, zack. Und wir sehen, wir haben Papier, Gegner hat Stein gewonnen. Das heißt, eine sehr rudimentäre Version von unserem Spiel ist jetzt schon mal fertig. Wir können hier oben so ein paar Variablen reingeben und diese Variablen werden dann evaluiert. Jetzt haben wir natürlich noch ein paar Probleme. Problem Nummer eins, dieser Code hier unten, der ist ziemlich lang. Ja, das Ganze funktioniert, aber vielleicht finden wir noch eine Möglichkeit, ich mache das mal ein bisschen kleiner hier, das Ganze etwas kürzer zu schreiben. Wir sehen hier, also ich muss da schon ziemlich weit rauskrollen, um alles zu sehen. Und hier sehe ich jetzt, okay, das Ganze hat doch ziemlich viel Zeilen. Und genau das Nächste ist, dass wir natürlich diese Variablen hier oben nicht immer vor Programm Start eingeben, sondern wir wollen natürlich das Programm auch an Leute geben, die gar nicht diese Entwicklungsumgebung vielleicht installiert haben und die sollen das Spiel trotzdem spielen können. Das heißt, sie sollten dann irgendwie eine Möglichkeit haben, ihren Namen und ihre Auswahl einzugeben. Und das Ganze müssen wir natürlich noch machen und damit beschäftigen wir uns in den nächsten Abschnitten. In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns mit Texteingaben. Bedeutet, wenn wir unser Spiel spielen, dann müssen die Nutzer natürlich irgendwie die Möglichkeit haben, auszuwählen, welches Element sie jetzt gerade gewählt haben. Schere, Stein oder Papier. Und genau das Ganze zeige ich dir in diesem Abschnitt. Wenn wir jetzt hier in unserem Quellcode sind, dann sind die Variablen hier oben immer festgesetzt. Wir haben hier immer Yunus, hier haben wir immer Papier und hier haben wir immer Stein. Ich kann das Ganze zwar hier oben ändern, aber wenn jetzt jemand einfach so das Programm von mir geschickt bekommt und das auf seinem Computer oder Handy oder so öffnen möchte, dann braucht er natürlich eine Möglichkeit, das direkt einzugeben und hat nicht wahrscheinlich diese Entwicklungsumgebung hier, wo er den Quellcode sehen kann, auf seinem Gerät installiert. Dementsprechend müssen wir diese Variablen hier zur Laufzeit einlesen. Und dafür könnten wir ganz einfach sagen, dass hier oben erstmal mein Name noch gar nicht gesetzt ist. Das heißt, hier steht sowas wie Unbekannt zum Beispiel. Und wenn ich jetzt hier unten sage New Game Text, das würde ich sogar mal umbenennen in New Game, ist wahrscheinlich ein bisschen intuitiver, dann wird immer am Anfang erstmal gefragt, mit wem man denn eigentlich spielt. Das heißt, hier steht sowas wie Println, bitte gebe deinen Namen ein. Und jetzt kann ich hier einfach sagen, my Name ist gleich Readline, also das Gegenteil von Printline. Und nachdem ich das Ganze mache, dann wird automatisch das, was ich jetzt eintippe, sobald ich auf Enter drücke, der Variable my Name zugewiesen. Wir testen das Ganze mal. Das heißt, sobald ich mein Spiel starte, steht jetzt hier, bitte gebe deinen Namen ein. Ich schreibe jetzt hier irgendwas anderes mal, Hans-Peter. Und sobald ich auf Enter drücke, steht hier, heutiger Spieler, Hans-Peter. Deine Auswahl ist natürlich immer noch Papier. Dein Gegner ist natürlich immer noch Stein, denn das haben wir hier oben einfach so reingeschrieben. Aber das können wir natürlich jetzt ebenfalls ändern. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Funktion, die bereits hier ein bisschen Text anzeigt und automatisch den Wert einer Variable einliest. Im nächsten Schritt müssen wir jetzt natürlich die Eingabe des Users irgendwie lesen. Das heißt, ich mache mal eine neue Funktion. Die nenne ich jetzt mal ReadUserInput. Und hier müssen wir natürlich jetzt auch wieder diese Funktion definieren. Das heißt, ich schreibe wieder Fun, den Namen der Funktion, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Und jetzt möchte ich vielleicht erst einmal eine neue Zeile hinzufügen. Das macht man so, dass ich hinter der letzten Zeile hier einfach dieses Slash bzw. Backslash N schreibe. Und jetzt kann ich hier sowas sagen wie Print LN, um noch ein bisschen weiteren Text anzuzeigen. Das heißt, ich würde jetzt hier einfach mal sowas schreiben wie so ein paar Zeichen oder sowas. Und dann schreibe ich hier Deine Auswahl. Und dann schreibe ich nochmal so ein paar Gleichzeichen, um das einfach so ein bisschen zu separieren. Und jetzt würde ich hier einfach schreiben 1 Schere, 2 Papier und 3, nee sorry, 3 ist Papier. Schere, Stein, Papier sagt man ja. Okay, und jetzt im Anschluss muss der Nutzer natürlich eine Auswahl treffen. Das heißt, ich würde jetzt hier sagen, dass wir natürlich die Auswahl wieder lesen wollen. Das heißt, ich definiere mir jetzt hier eine Variable. Machen wir hier. Var User Selection und hier schreibe ich jetzt Read LN. Das heißt, das, was der User jetzt eintippt, das wird automatisch hier zugeordnet. Hier drin sollte jetzt also 1, 2 oder 3 drinstehen. Und wenn der Nutzer sich vertippt hat, dann gegebenenfalls auch etwas anderes. Das heißt, was wir jetzt machen müssen, ist unsere Selection hier oben. Ja, da sollte jetzt nicht mehr Papier drinstehen, sondern auch erstmal gar nichts oder unbekannt oder so. Und wenn ich jetzt hier runtergehe, dann brauche ich jetzt wieder hier so ein If-Ding und muss sagen, wenn die Selection gleich 1 ist, dann passiert hier etwas. Dann wird nämlich gesagt, User Select ist gleich Schere oder kleingeschrieben Schere. Das macht uns nichts. Jetzt können wir das Gleiche auch noch machen für 2 und 3. Das heißt, ich kann hier jetzt sowas sagen wie Else, If, also wenn der erste Fall nicht erfüllt ist, aber dieser hier Selection gleich gleich 2 und so weiter. Aber wir sehen auch hier, dass das Ganze zwar möglich ist, aber es gibt noch eine bessere Möglichkeit in Kotlin. Denn das hier, das wird schon wieder ein bisschen unübersichtlich, wenn ich das hier so mache. Dementsprechend zeige ich dir jetzt mal, was der bessere Weg ist. Und zwar gibt es in Kotlin noch etwas und das heißt When. Das heißt, anstatt das hier so zu machen und immer weiter zu spinnen, ich kann noch mal schnell den dritten Fall hier hinschreiben. Else, if, ja was sagen wir da, User Select gleich gleich 3. Dann hätten wir hier User Select gleich Papier. Anstatt das so zu machen, könnten wir jetzt hier einfach sagen, User Select gleich when. Und hier packen wir die Selection rein. Und was wir jetzt tun können, ist hier einfach zu sagen, wenn die Selection 1 ist, dann schreibe in die Variable hier Schere rein. Wenn die Selection 2 ist, dann schreibe rein Stein. Und wenn die Selection 3 ist, dann schreibe hier rein Papier. Also das ist einfach eine Möglichkeit, um das hier viel, viel übersichtlicher und kürzer zu machen. Außerdem kann es ja noch sein, dass der Nutzer sich vertippt hat und dann müssten wir natürlich die Funktion einfach nochmal ausführen. Das heißt dann, in dem Fall würde ich dann einfach sagen, wieder rein unbekannt oder sowas. Und in diesem Fall können wir jetzt noch sowas sagen, dass wir hier einfach eine einzige If-Abfrage machen. Das alles können wir dann gleich löschen und sagen, if Selection gleich gleich unbekannt, dann führen wir unsere Funktion hier einfach nochmal aus. Das heißt, wir jumpen dann wieder nach oben und führen einfach das, was hier oben steht, erneut aus. Und hier unten sehen wir jetzt schon mal den Vergleich von dem hier im Vergleich zu dem hier unten. Also wenn ich hier ein bisschen rausgehe, dann sehen wir es glaube ich ganz deutlich, es ist viel übersichtlicher, wenn ich das hier oben schreibe mit diesem When-Statement. Und das ist eine dieser coolen Sachen, die es bei Kotlin gibt und so bei Java, aber auch bei sogar so fortschrittlichen Sprachen wie TypeScript oder sowas aktuell nicht. Also das untere löschen wir raus und damit sind wir eigentlich auch schon fertig mit unserer Funktion hier und können jetzt sagen, Okay, UserSelect wird gefüllt. Ja, jetzt habe ich noch eine minimale Sache falsch. Wir haben noch Selection und UserSelect vertauscht. Sorry dafür. Genau so sollte es eigentlich sein. Wir lesen hier oben einen String ein, also einen Text und dann weisen wir je nachdem, welchen Text wir haben, das Ganze dieser Variable zu. Hier unten können wir vielleicht sogar noch etwas anzeigen und können sowas sagen wie falsche Eingabe, Ausrufezeichen, Backslash N, um eine neue Zeile hinzuzufügen. Und jetzt führen wir das Ganze mal aus und testen mal, was wir hier geschrieben haben. Das heißt, hier steht, bitte gebe deinen Namen ein. Ich schreibe Junus, herzlich willkommen. Jetzt steht hier deine Auswahl. Ich sage 2. Jetzt steht hier deine Auswahl Stein. Dein Gegner Stein verloren. Warum steht hier nicht unentschieden? Weil hier noch klein geschrieben wird, da wird groß geschrieben. Das heißt, hier oben müssen wir natürlich auch dann nur den ersten Buchstaben groß schreiben und hier unten müssen wir auch nur den ersten Buchstaben groß schreiben. Ja, wir müssen natürlich überall immer alles richtig schreiben, sonst kann das Ganze nicht funktionieren. Das kann man aber hier ganz schnell ändern. So sind ja nur ein paar Sachen und dann passt das. Jetzt testen wir auch gleich nochmal den anderen Fall, dass ich hier was ganz anderes eingebe. Also hier wieder Junus, das passt und hier teste ich jetzt mal, dass ich eine 8 eingebe. Dann steht da falsche Eingabe und die Funktion ruft sich hier, weil wir jetzt in diesem Fall sind, automatisch erneut auf. Das heißt, solange ich hier etwas Falsches eingebe, steht hier immer falsche Eingabe. Und sobald ich dann eine 2 zum Beispiel drücke, steht hier Stein, dein Gegner Stein unentschieden. Das Spiel bricht jetzt natürlich noch nach einer Runde ab, aber diese beiden Funktionen, die müssen wir eigentlich nur unendlich oft aufrufen. Das heißt, was wir jetzt sagen könnten, ist, dass wir diese beiden Funktionen wieder in eine Extra-Funktion packen. Ja, Fun. Und die nenne ich jetzt einfach mal New Round oder sowas. Und hier werden jetzt diese beiden Funktionen aufgerufen. Zack. Und jetzt kann ich einfach sagen, dass New Round am Ende von Evaluate Game, also hier ganz unten, nachdem die Runde ausgewertet wurde, wieder ausgeführt wird. Das heißt, wir machen unsere Eingabe. Unser Gegner hat immer noch das, was wir hier oben eingegeben haben. Da müssen wir noch eine Zufallsfunktion schreiben. Und anschließend können wir jetzt sagen, okay, nachdem das hier alles evaluiert wurde, auch wenn es ein bisschen kompliziert ist, wird dann hier unten eine neue Runde gestartet. Und jetzt können wir das Ganze unendlich oft spielen. Das heißt, wenn ich jetzt starte, muss ich hier meinen Namen eingeben. Einmal. Und dann steht hier, okay, zwei, unentschieden, drei, gewonnen, eins, verloren, J, falsche Eingabe, irgendwas anderes, falsche Eingabe, drei, wieder gewonnen. Und das heißt, jetzt können wir schon mal unendlich spielen. So lange, bis ich hier sage, okay, ich möchte das irgendwie beenden. Dann muss ich das Programm einfach ausmachen, denn wir haben noch keine Option, das Ganze hier zu beenden. Kannst du auch noch mal als kleine Übung am besten hinzufügen. Und ansonsten müssen wir jetzt natürlich auch noch dafür sorgen, dass unser Computer immer eine zufällige Auswahl trifft. Und das Ganze machen wir im nächsten Abschnitt. In diesem Abschnitt bringen wir unserem Computer jetzt bei, eine zufällige Auswahl zu treffen. Denn aktuell ist es ja so, dass unser Computer jedes Mal den Stein ausgewählt hat. Und das Ganze macht uns natürlich als Menschen das Spiel ziemlich einfach. Denn wir können einfach jedes Mal Papier auswählen und würden jedes Mal gewinnen. Deswegen müssen wir jetzt unseren Computer irgendwie dazu bringen, eine zufällige Auswahl zu treffen. Und das machen wir jetzt. Und das Gute ist auch, dass es in Kotlin ziemlich einfach funktioniert. Inzwischen ist Kotlin auch eine sehr verbreitete Sprache. Und das bedeutet, wenn du eine Frage hast und so etwas nicht weißt, wie zum Beispiel, wie du eine zufällige Ganzzahl generieren kannst, dann kannst du so etwas auch immer googeln. Und wenn du jetzt hier auf Stack Overflow gehst, dann findest du hier unten auch ganz, ganz schnell die Möglichkeit, wie man das Ganze macht. Und das Gute ist, Kotlin ist eine Sprache, die sich schnell ändert. Und seit Version 1.3, die wir definitiv übertroffen haben, gibt es jetzt eine extrem leichte Möglichkeit, hier eine zufällige Zahl zu generieren. Zack. Und zwar das hier. Wenn wir jetzt zurückgehen in unseren Code, können wir einfach eine neue Funktion schreiben, die für unseren Computer eine zufällige Auswahl trifft. Das heißt, es ist immer so, dass erst unser Computer oder erst wir, ist eigentlich egal, eine Auswahl trifft. Und danach die andere Seite. Das heißt, ich mache jetzt hier einfach mal eine neue Funktion, Random oder Computer Selection oder sowas. Und jetzt schreibe ich einfach diese neue Funktion hier hin. Computer Selection habe ich die genannt. Und hier können wir jetzt einfach diese eine Zeile einfügen. Diese eine Zeile definiert uns hier eine Variable namens rnds, ja, Random irgendwas. Und ich schreibe hier einfach mal Computer Choice oder sowas. Können wir nennen, wie wir wollen. Es sollte nur eindeutig sein. Und hier steht jetzt ein Weil davor. Dieses Weil, das bedeutet, dass wir die Variable im Nachhinein nicht ändern können. Sonst müssten wir wahr schreiben. Aber wollen wir auch nicht. Der Computer macht einmal eine Auswahl und dann in der nächsten Runde kann er schon wieder eine machen. Aber innerhalb von der Funktion wollen wir diese Variable nicht mehr ändern. Aktuell wird hier eine Zahl zwischen 0 und 10 generiert. Wir wollen jetzt eine Zahl zwischen 1 und 3 generieren. Und das Ganze machen wir so. Und jetzt können wir hier, so wie wir das da unten auch schon gemacht haben, wieder dieses When Statement einfach kopieren. Jetzt müssen wir das einfach anpassen. Wir wollen nämlich jetzt die Computer Selection, also die Selection von unserem Gegner anpassen. So. Und hier muss jetzt nicht User Select drinstehen, sondern die Zahl. Wichtig, das Ding generiert uns jetzt eine Zahl. Und eine Zahl ist kein Text. Text wird immer in Anführungszeichen geschrieben. Unsere Zahl allerdings nicht. Dementsprechend müssen wir diese Anführungszeichen hier wegnehmen. Und jetzt haben wir hier ganz easy gesagt, okay, wenn wir eine 1 haben, dann wird Schere generiert. Bei einer 2 der Stein und bei 3 Papier. Und hier oben können wir auch sowas reinschreiben wie Unbekannt. Oder wir könnten hier sogar auch dieses Unbekannt immer wegnehmen und hier einfach Doppelpunkt String dahinter schreiben. Ja. So. Um halt zu sagen, dass es eine Variable ist, wo ein Text reingespeichert wird. Ja. Dieses Unbekannt hier, das wird eh nie angezeigt. Wir könnten hier auch einfach nur sowas hinschreiben. Ja. Macht keinen Unterschied. Aber ich lasse es jetzt mal hier stehen. Jetzt haben wir also eine neue Runde. Und eine neue Runde lässt immer den Computer entscheiden. Danach uns entscheiden. Und danach wird es ausgewertet. Wir gucken uns mal an, ob das Ganze funktioniert. Das heißt, ich drücke hier auf Start, gebe deinen Namen ein. Jetzt steht hier deine Auswahl. Die vom Computer wird natürlich noch nicht angezeigt. Ich wähle Papier. Und jetzt steht hier deine Auswahlpapier, dein Gegnerpapier unentschieden. Ich wähle wieder Papier. Und jetzt steht hier meine Auswahlpapier. Der Gegner hat Stein gewählt und ich habe gewonnen. Also wir sehen schon, jedes Mal wird hier immer etwas anderes ausgewählt. Jetzt hat er ein paar Mal Stein, jetzt hat er Schere, jetzt hat er Papier. Also unser Computer kann offensichtlich alle drei Möglichkeiten hier zufällig auswählen. Natürlich wäre es jetzt noch cool, so ein paar extra Features einzubauen. Zum Beispiel zu zählen, wer wie oft gewonnen hat. Und außerdem brauchen wir auch noch eine Möglichkeit, das Ganze zu beenden. Das mit dem Beenden, das geht eigentlich ganz easy. Und zwar können wir hier einfach sagen, dass wir eine neue Option hinzufügen. Und zwar sage ich jetzt einfach mal 9. Und die 9, die beendet das Spiel. Also schreibe ich Spiel beenden. Und jetzt können wir hier einfach so etwas sagen. Moment, erstmal beenden, richtig schreiben. Und hier können wir jetzt sowas sagen, wie wenn hier eine 9 oder sowas ausgewählt wird, dann wird hier einfach nur der Text Exit reingespeichert. Das heißt, in der Selection steht dann jetzt einfach hier das Wort Exit drin. Und was wir jetzt machen können, ist hier in unserer Runde zu sagen, nachdem wir hier das hier gelesen haben, dass das hier nur ausgeführt wird, wenn der Befehl nicht Exit ist. Das heißt, ich kann hier sowas sagen, wie if Selection gleich gleich Exit, um das auszuführen, wenn der Befehl Exit wäre. Ich kann hier allerdings auch schreiben, Ausrufezeichen gleich. Und das bedeutet, in dem Fall hier haben wir nicht den Fall Exit. Und soweit wir den Fall Exit haben, also soweit die Selection dem Wert Exit entspricht, wird das hier nicht mehr ausgeführt. Wir testen das Ganze jetzt mal, führen unser Spiel einfach wieder aus. Und ich gebe hier wieder meinen Namen ein. Jetzt wähle ich hier die 1 aus, passt, 2 aus, verloren, mal gewonnen. Und jetzt wähle ich einfach mal die 9 aus. Und jetzt wird mein Spiel automatisch beendet. Wir könnten hier jetzt noch irgendwie einen Text anzeigen. Dann bräuchten wir wieder dieses gleich gleich. Und könnten hier sowas sagen, wie, dass wir in dem einen Fall hier einen Text anzeigen. Spiel wird beendet. Und ansonsten können wir hier einfach Evaluate Game ausführen und ganz normal unser Spiel weiterführen. Und jetzt würden wir am Ende auch noch diesen Text hier anzeigen. So, wir testen das Ganze mal. 9, Spiel wird beendet und es ist vorbei. Und somit haben wir es geschafft, dass unser Computer jetzt eine zufällige Auswahl trifft und dass wir unser Spiel hier unten beenden können. In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns mit Verzweigungen. Wenn du mehrere Daten speichern möchtest und diese auch später wieder anzeigen möchtest, dann kommst du an dem Konzept der Schleifen nicht vorbei. Das lernst du nahezu jeder Programmiersprache. Und auch bei uns in der Weiterbildung ist das Ganze übrigens elementarer Bestandteil. Da gibt es sehr viel Übung zu. Und eine Übung werden wir jetzt einmal gemeinsam machen. Wenn wir hier unser Spiel spielen, dann wäre es vielleicht cool, so eine History zu haben. Das heißt, dass wir nochmal am Ende so einen Überblick generiert bekommen, wo uns vielleicht genau gesagt wird, wer wann welche Runde gewonnen hat. Und das Ganze machen wir jetzt einmal gemeinsam. Es gibt nämlich Variablen, wo man sowas wie Texte drin speichern kann, Booleans oder Zahlen. Du kannst in einer Variable aber auch eine Liste mit mehreren Dingen drin speichern. Und dafür legen wir jetzt einfach mal eine Variable an. Ich nenne die jetzt einfach mal ResultList. Und hier schreibst du jetzt etwas anderes rein. Und zwar schreibst du hier jetzt einfach mal rein ListOf. Und wir sehen jetzt, dass du hier auch zwischenschreiben kannst, um was es sich handelt. Und hier könntest du jetzt mehrere Texte reinschreiben. Das heißt, wir könnten hier sagen, Spiel 1 zum Beispiel, du hast gewonnen. Und dann könnten wir hier noch einen weiteren Text reinschreiben, wo drin steht, dass man verloren hat in der zweiten Runde. Und so könnten wir uns dann hier alle Ergebnisse reinspeichern lassen und am Ende nochmal eine Übersicht oder sowas generieren von allen Spielen, die wir gespielt haben. Das heißt, so wie hier kann man eine Liste anlegen. Und wir sehen jetzt auch gleich was ganz Interessantes. Diesen Typ hier hinten, den müssen wir eigentlich gar nicht angeben, denn Kotlin weiß automatisch, dass wir hier Strings, also Texte, reingegeben haben. Jetzt könnten wir eine neue Funktion definieren, die am Ende des Spieles hier nochmal angezeigt wird. Das heißt, ich füge hier nochmal eine neue Leerzeile ein, ja, backslash n und sage jetzt hier sowas wie printResults. Und hier werden jetzt alle Ergebnisse mit dieser Funktion angezeigt. Das heißt, ich schreibe hier func, sorry ohne k, printResults. Und hier gehen wir jetzt durch unsere Result-List durch. Und da gibt es etwas, das heißt .foreach. Und das bedeutet, dass jetzt für jedes Element aus unserer Liste, das heißt in diesem Fall das hier und das hier, eine Funktion bzw. ein Block an Code ausgeführt wird. Wir schreiben hier mal diese geschweiften Klammern und hier bekommen wir jetzt eine Variable zur Verfügung gestellt. Die nenne ich jetzt einfach mal Value und da müssen wir hier noch so ein Pfeil schreiben. Und das bedeutet, dass wir jetzt für jeden Wert hier den Wert zum Beispiel so anzeigen können auf unserer Konsole. Das heißt, ich schreibe jetzt hier einfach mal Value, ja, nicht in Anführungszeichen, denn das ist ja die Variable. Hier oben könnte ich jetzt nochmal irgendwie sowas schreiben wie, Moment, println, ein paar Gleichzeichen oder sowas. Gleich, 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 Ergebnisse, ja, damit man auch weiß, was man da angezeigt bekommt. Und wenn wir das Ganze jetzt hier einmal ausführen und unser Spiel beenden, dann wird diese Liste hier angezeigt. Das heißt, ich sage hier jetzt einfach mal, dass ich das Spiel direkt beende mit der neuen. Und wir sehen, hier steht jetzt Ergebnisse, etwas falsch geschrieben. Und dann wird hier gleich das Ergebnis aus meiner Liste angezeigt. Und was wir hier auch machen können, ist, dass wir hier oben die Zahl nicht einfach so reinschreiben, ja, so wie wir das jetzt gemacht haben, sondern die Zahl hier oben weglassen und die uns automatisch generieren lassen. Das macht es natürlich nochmal etwas dynamischer. Und dafür gibt es hier noch etwas, das heißt, for each index. Und wenn wir das machen, dann haben wir auf einmal nicht mehr eine Variable hier zur Verfügung, sondern zwei Variablen. Und die zweite Variable ist jetzt der Wert und die erste ist der Index. Und das heißt, ich könnte jetzt hier zum Beispiel einen Text anzeigen. Da sind jetzt Klammern drin. In diesen Klammern ist mein Index drin und dahinter wird mein Wert angezeigt. Und wenn wir das Ganze jetzt ausführen, dann sehen wir gleich, dass da automatisch der Index angezeigt wird. Und der fängt standardmäßig immer mit 0 an, nicht mit 1. Das heißt, wenn wir das noch ändern wollen, dann müssten wir irgendwie noch den Index beispielsweise plus 1 addieren oder sowas. Das heißt, ich könnte hier zum Beispiel schreiben, var new index ist gleich Index plus 1. Und dann werde ich hier einfach den neuen Index, also den alten, ja, plus 1 gerechnet anzeigen. Semikolon braucht man in Kotlin übrigens nicht. Kann man, muss man nicht. Und wenn ich das Ganze jetzt ausführe und hier nochmal das Spiel direkt beende, dann sehe ich, dass wir jetzt wieder bei 1 starten und dann direkt weiter zu 2 gehen. Jetzt will ich natürlich meine Ergebnisse standardmäßig hier oben noch nicht haben, sondern die Ergebnisse, die sollen erst später hinzugefügt werden. Das heißt, ich brauche irgendwie eine Möglichkeit, zu meiner Liste hier etwas hinzuzufügen. Und wenn unsere Liste am Anfang noch keine Werte hat, dann müssen wir natürlich sagen, was für Werte da drin gespeichert werden. Also Strings in diesem Fall. So, testen wir das Ganze mal. Wir haben hier unten ja immer gewonnen oder verloren. Und je nachdem, was wir jetzt hier haben, wollen wir den Wert nicht nur anzeigen, sondern auch speichern. Jetzt haben wir gleich ein Problem. Wenn ich hier Punkt schreibe, dann werden mir alle möglichen Funktionen vorgeschlagen, die ich mit dieser Liste machen kann. Dieses ForEach hatten wir gerade schon. Mit Get würde ich an der jeweiligen Stelle in der Liste etwas kriegen. Aber wir finden hier keine Möglichkeit, etwas hinzuzufügen. Und das liegt daran, dass Listen standardmäßig so aufgebaut sind, dass du da Werte anzeigen kannst, aber keine hinzufügen kannst. Wenn du das möchtest, dann musst du hier etwas hinzufügen und zwar schreibst du da nicht listof, sondern mutable listof. Da haben wir es. Wird genauso verwendet, ist eigentlich kein Unterschied. Aber wenn wir jetzt hier runtergehen zu unserem Unentschieden, was wir hier anzeigen und jetzt hier nochmal den Punkt schreiben, dann sehen wir, dass es hier jetzt eine neue Funktion gibt, die es eben nicht gab und zwar dieses add. Und hier kann man jetzt schreiben, was auch immer man will als Text. Das heißt zum Beispiel könntest du jetzt schreiben, ich füge hier mal so einen Text ein, du und dann deine Auswahl, also Selection. Dann vielleicht noch Gegner. Was hat der? Dein Gegner hat die Selection Enemy. So füge ich auch mal rein. Und dann noch, was das Ergebnis ist, nämlich Unentschieden. So. Das heißt, wir generieren uns hier jetzt einen längeren Text, den wir so aufbewahren wollen. Und hier können wir jetzt zum Beispiel auch schreiben, gewonnen, ja, oder hier unten, zack, verloren. Das ist jetzt etwas redundant, aber ich denke, gerade am Anfang lohnt es sich, so zu arbeiten. Später gibt es natürlich noch Methoden, das hier besser alles hinzuschreiben, auch diesen riesigen If-Else-Baum besser zu schreiben. Du kannst dir gerne mal überlegen, ob du eine Möglichkeit findest, das hier noch zu optimieren. Bei uns in der Weiterbildung ist es so, dass du unseren Entwicklern immer deinen Code zusendest und wir zeigen dir dann die ganze Zeit Möglichkeiten, sowas einfach nochmal viel, viel, viel sauberer zu schreiben. Denn das hier ist zwar cool für den Anfang, ja, wenn das jetzt dein erster Code ist, aber später solltest du dann schon dafür sorgen, dass dieser Code etwas aufgeräumter ist. So, ich füge das Ganze jetzt auch nochmal hier unten im dritten Fall hinzu. Das heißt, hier hast du wieder gewonnen, hier hast du verloren. Und das heißt, in jedem dieser Fälle wird jetzt immer, soweit der Fall angezeigt wird, auch ein Text in unserer Liste, in unserer Result-List gespeichert. Bedeutet, wir können jetzt hier einfach mal unser Spiel starten und einfach mal so zwei, drei Runden spielen. Ich gebe meinen Namen ein, sage 1, sage 2, sage 3, drei Runden gespielt. Ich drücke auf 9, um das Spiel zu beenden und jetzt werden hier unsere drei Spielergebnisse angezeigt. Bedeutet, durch diese For-Schleife, die wir hier oben haben, beziehungsweise For-Each-Schleife, wird jetzt dieser Code hier zwischen den geschweiften Klammern dreimal ausgeführt. Wir fügen automatisch zu unserer Liste etwas hinzu und sobald wir fertig sind und die Liste anzeigen wollen, haben wir jetzt hier eine Funktion, die automatisch unsere Liste anzeigt und nochmal das Ergebnis von jeder einzelnen Runde hier anzeigt. Das heißt, wir könnten jetzt hier oben sogar das Ganze noch ein bisschen weiter spinnen und nochmal Punkte sammeln. Das heißt, ich schreibe hier myPoints gleich 0 und dann schreibe ich nochmal enemyPoints gleich 0, um nochmal Punkte zu speichern. Und je nachdem, ob man jetzt gewonnen oder verloren hat, kann man nochmal die Punkte vom Enemy oder meine Punkte erhöhen. Das mache ich jetzt auch nochmal schnell. Das heißt, bei Unentschieden kriegt keiner Punkte. Bei Gewonnen kriege ich natürlich zwei Punkte. Das kann man übrigens einfach mit diesem Plus Plus hier machen. Ist ganz praktisch. Hier kriegt der Enemy einen Punkt. Hier kriegt der Enemy wieder einen Punkt. Und hier unten kriege ich wieder einen Punkt und so weiter und so fort. Jetzt hier noch ein Punkt. Zack. Und hier unten, wenn ich verloren habe, in dem Fall, dann würde der Enemy natürlich wieder einen Punkt bekommen. Das heißt, je nachdem, welchen Fall wir haben, zählen wir immer eine dieser Variablen, die am Anfang den Wert 0 haben, hoch. Ja, das heißt, sobald ich diese Zeile hier ausführe, wird der Wert von 0 auf 1 erhöht. Oder wenn es den Wert 5 hat, wird es zum Beispiel auf 6 erhöht werden mit diesem Plus Plus hier. Okay. Nachdem wir das Ganze hier gemacht haben, müssen wir natürlich das Ergebnis noch anzeigen. Das heißt, hier könnte ich jetzt nochmal sagen, println, deine Punkte oder Punkte in Klammern du. Ja, my points können wir hier sagen. Und dann können wir nochmal sagen, Punkte in Klammern Gegner. Und da schreiben wir Enemy points. Und jetzt möchte ich das Ganze hier noch einmal ausführen. Ich gebe meinen Namen ein. Ich spiele eine Runde, noch eine Runde, noch eine Runde, noch eine Runde. Beende das Spiel, vier Runden habe ich gespielt. Und jetzt steht hier Punkte, du zwei, Gegner zwei. Die ersten beiden Runden habe ich verloren, denn ich hatte beide Male Schere und der Gegner beide Male Stein. Dann hatte ich hier weiterhin Schere und der Gegner hatte zweimal Papier und hat dementsprechend hier verloren und ich habe gewonnen. Und hier kann ich mir jetzt nochmal ganz genau alle Ergebnisse von meinem Spiel am Ende anzeigen. Wenn du das Tutorial bis hierhin durchgearbeitet hast, dann hast du jetzt bereits einiges geschafft und kannst deine ersten eigenen kleinen Programme schreiben. Herzlichen Glückwunsch. Natürlich ist das hier nur ein kleiner Einstieg und jetzt musst du erstmal üben, 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 um besser zu werden. Das heißt, ich empfehle dir jetzt erstmal mit der Logik, die du hier gelernt hast, jede Menge weitere Programme zu schreiben. Das heißt, setz dich einfach mal hin, guck dir nochmal genau an, was du gecodet hast und überleg dir weitere ähnliche Prinzipien. Bau dir vielleicht eine To-Do-Liste, eine Notiz-App und so weiter und so fort. Wenn du jetzt sagst, du möchtest gerne eine grafische Oberfläche erstellen, dann würde ich nicht weitermachen mit Kotlin, sondern würde dir empfehlen, dir einmal die JavaScript-Tutorials auf diesem Kanal hier anzugucken. Denn damit geht das Ganze, wenn du jetzt gerade ganz am Anfang bist, um einiges leichter und JavaScript ist meiner Erfahrung nach auch nochmal um einiges leichter zu lernen als Kotlin. Denn hier hast du auch noch einige Konzepte, die du in JavaScript dann nicht unbedingt anwenden musst, wie zum Beispiel dieses Main. Und da hast du auch nur eine Datei am Anfang und nicht diese Ordnerstruktur mit so vielen Ordnern. Und wenn du jetzt aus einer ganz anderen Branche kommst und sagst, du möchtest das Ganze gerne beruflich machen, dann habe ich gute Nachrichten für dich, denn genau das ist mein Job. Das heißt, wir bilden bei der Developer-Akademie Quereinsteiger zu gefragten Programmierern weiter. Wenn dich das Ganze interessiert, dann klick einfach mal auf den Link ganz oben in der YouTube-Beschreibung. Da kannst du dich über unsere Weiterbildung informieren und da kannst du auch ein kostenloses Beratungsgespräch mit uns vereinbaren. Da können wir schauen, ob wir dir in deiner individuellen Situation weiterhelfen können, ob das Ganze für dich sinnvoll ist und vielleicht arbeiten wir ja schon bald zusammen. Ansonsten sehen wir uns sicher auf diesem Kanal hier im nächsten Video. Abonnieren nicht vergessen. Mach's gut, dein Yunus. Bistere Ehebio. Bistere Ehebio. Untertitelung des ZDF, 2020